Die Frankfurt School hat ein neues Hybridmodell entwickelt. Das bedeutet, der Teilnehmer kann sich aussuchen, ob er online teilnehmen möchte oder eben direkt am Campus. Auf dem ganzen Campus befinden sich Desinfektionsspender. Wir tragen selbstverständlich natürlich auch die Masken am Campus und dank unserer Größe der Seminarräume haben wir auch genug Abstand zu den weiteren Teilnehmern. Ich denke, es ist insgesamt wichtig, Weiterbildung zu betreiben. In jedem Lebensalter ist Weiterbildung sehr, sehr wichtig und aktuell im Rahmen von Covid-19, wo die Weiterbildungsmöglichkeiten ja da sind, weil die Freizeitaktivitäten stark beschnitten werden, kann ich sie alle nur ermuntern, in Weiterbildung, die Zeit zu investieren, die man jetzt vielleicht übrig hat. Ich sehe verschiedene Vorteile beim Online-Lernen. Zum einen die Flexibilität. Die Flexibilität in zeitlicher Hinsicht, aber auch in räumlicher Hinsicht. Ich sehe Vorteile auch bei den reduzierten Transaktionszeiten. Sie müssen nicht mehr zur Schule oder zur Universität fahren, hin, zurück. Speziell im Winter ist das eine große Herausforderung. Es gibt sicherlich auch kleine Nachteile. Der direkte Austausch mit den Kommilitonen, der persönliche Dialog mit dem Professor, aber auch hier bietet mittlerweile das Online-Instrumentarium tolle Möglichkeiten. Breakout-Sessions beispielsweise für den direkten Austausch in einer kleinen Gruppe. Meiner Meinung nach funktioniert es hervorragend. Viele Unternehmen nutzen Kommunikationsplattformen, Online-Kommunikationsplattformen. Manager, Mitarbeiter scheinen damit zufrieden zu sein. Wir sehen auch, dass bestimmte Branchen online arbeiten. Denkt man an Berater, Remote-Berater scheint zu funktionieren, wird auch von den Kunden akzeptiert. Und wir hier in der Bildungsbranche, in der Frankfurt School sehen auch, dass digitales Lernen hervorragend funktioniert, auch von unseren Kunden hervorragend erzielt. Dirk, 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 Dirk Bis zum nächsten Mal.